Musik Das Burbaki Panorama ist Zeuge der Seelust der Menschen des 19. Jahrhunderts. Das riesige Rundgemälde aus dem Jahre 1881 gehört zu den beeindruckendsten Seespektakeln der Mediengeschichte. Musik Der Maler Der deutsch-französische Krieg 1870-71 bewegt die Öffentlichkeit. Musik Viele Zeitungen berichten regelmäßig und in großen Beiträgen darüber. Der Maler Eduard Gastre stellt das Elend der Burbaki-Soldaten und ihre Internierung in engagierter Art und Weise dar. Am eindrucksvollsten ist das Panorama-Großbild von Eduard Gastre. Es ist eine schonungslose Kriegsanklage und ein herausragendes Kunstwerk. Die Illusion Gegen Ende des 18. und dem 19. Jahrhundert entwickeln sich neue Medien, die die Welt möglichst wirklichkeitsgetreu nachzubilden versuchen. Mit allen möglichen optischen und modernsten technischen Tricks wird dem Publikum die Illusion vermittelt, selber dabei zu sein. Musik Die Internierung Zwischen dem 1. und 3. Februar 1871 überschreiten 87.000 französische Soldaten und Offiziere zusammen mit Rotkreuzhelfern, zivilen Flüchtlingen und einigen deutschen Kriegsgefangenen zwischen dem Vallée de Joux, Valorbe, Saint-Croix und Les Verrières im vatländischen und neunburgischen Jura die Schweizer Grenze. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020